Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Es wurde einst das schwarze Gold der Ruhe genannt. Es spendete Wärme, Behaglichkeit und Energie, Energie, Energie in einem besonderen chemischen Verfahren, verflüchtigten sich aus dem Rohstoff die Gase. Aus Kohle wurde Koks. Die Menschen sehnten sich nach der Energie, die nur das Koks liebete. Doch für das Volk war der Stoff zu teilen. Mutter, komm Mutter. Der Mann mit dem Koks ist da. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Das schwarze Gold ist weiß geworden. Man nehme eine einfache Rezeptur und aus Koks wird wieder Kohle. Wärme, Behördlichkeit, Energie, 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 Wärme, Behördlichkeit. Ich kann hier wieder gehen. Butter, Butter, Zaman und du Koks ist da. Butter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja mein Junge, das weiß ich aus. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Butter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja mein Junge, das weiß ich aus. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Butter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja mein Junge, das weiß ich aus. Butter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja mein Junge, das weiß ich aus. Butter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja mein Junge, das weiß ich aus.